So Fenster rausschmeißen. Dantel, was wolltest du mir sagen? Dantel? Ich wollte dir entschuldigen, Sonja. Wollte ich bei mir entschuldigen? Warum? Weil ich dich gestreamt habe und das dich voll verwirrt hat. Ja? Und machst du das jetzt wieder? Ich mach das nie wieder, Sonja. Okay. Dann werde ich dir jetzt verzeihen, Dantel. Ja, danke, Sonja. Es tut mir so leid. Okay, Dantel.